Ich zeige auch einige Übungen zur Mobilisation der Hüfte. Da haben wir wie beim Oberkörper, gehen wir vor und zurück, wir gehen wieder in die Grundposition, in die Knie, Hände auf die Hüfte und jetzt können wir vorschieben und zurück. Wir drücken nach vorne und zurück. Das zeige ich auch noch von der Seite. Wir gehen vor mit dem Becken und zurück. Und vor und zurück. So, das kann man jetzt kombinieren mit der seitlichen Bewegung. Da können wir auch die Hände zur Seite nehmen. Da gehen wir rechts, richtig schön das Bein durchstrecken, sodass die Hüfte nach oben kommt und nach links. Wir gehen nach rechts und nach links. So, wenn wir das jetzt kombinieren, können wir nach vorne schieben, nach rechts, zurück, nach links und vor. Und wir können es auch greifen, nach rechts, zurück, nach links und vor. Eine schöne Seite gezeigt. Haben wir vor, rechts, zurück, nach links und vor. Und noch ein bisschen schneller. Weil wir schon mit Kreisbewegungen wieder auch im Uhrzeiger sind und gegen den Uhrzeiger sind. Und noch ein bisschen mehr, nach rechts. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.